Gut, äh, nächster Tag. Ach, wir werden Glück haben. Okay. Gut. Und wenn wir mal gucken, was Mumi sagt. Was ist das? Ja, Entschuldigung, Spiel. Ich weiß. Oh, es ist doof. Wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin immer noch in der Taste von Vendelframe drin. In der Tastatur. Jetzt kann ich ab. Dies kann. Jetzt haben wir null ausgelassene Fremdsauce. Nur gut. Ja, das mittlere Feld nehmen wir nie mit. Beweg dich. Was tut denn manchen? Danke. Immer das mittlere Feld. Überall. known as I can do. Das kann ich mir zeigen. Lass uns das nicht. Oh. Oh Gott, äh. Hey du, hast du einen schönen Morgen? So, wir müssen uns jetzt aber um Mumie kümmern, ja? Nein, falsche Tastatur. Ich glaube, ich muss da noch mal Einstellungen miträumen. Ich glaube, das war ein bisschen zu vieles Ding. Wir machen uns eben um Mumie. Ach, du hast sogar noch Futter. Fantastisch. Möchtest du im Molken werden? Ne, kein Bedarf? Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe das letzte Mal schon gemacht, aber sie will nicht. Mumie, willst du nicht gemolken werden? Ja, willst du nicht gemolken werden, Madame? Wollou? Ach, Mumie. Wann nicht? Dann speichern wir erst. Warte, vielleicht können wir das hier... Nein, falsche Taste. Ja! Super! Mit der Hand willst du nicht gemolken werden? Das weiß ich schon. Wieso können wir das denn nicht benutzen? Ja, der Cow Milker. Okay, ähm... Technik. Man muss sie manchmal nicht verstehen. Wir speichern eben einmal. Wir sehen ja, dass hier noch irgendwas hakt. Das ist gar nicht schlimm. Na komm, geh durch. Juhu! Gehen wir einmal... Das Spiel kommt sofort wieder. Moment. Ja, jetzt läuft's gut. So ist es besser. Nur beim Szenenwechsel haben wir leichte Probleme. Ach, warte, da ist Mumie. Wir versuchen sie nochmal zu melken, um sie rauszuschneiden. Das ist der Plan. Gehen du! Tolles Stück. Entschuldigung. Naja. Bleib stehen! Bleib stehen! Es soll jetzt nicht gemolken werden. Nein, das war falsch. Es tut mir leid. Ja klar, wir reden mit ihr. Nein, ich will sie... Ah, du bist eine liebe Kuh, wenn du dann mal rausgehst. Ich will sie nicht melken. Ich will sie nicht melken. Ich will sie nicht melken, ich will sie pushen. Mann! Kumi, wo gehst du denn hin? Oh. Ich will sie nicht schlafen. Die Tür zu halten ist anscheinend sehr schwer. Es wechselt immer sofort. Es tut mir leid, Mumie. Ich will dich doch nur rausschieben, das wird hier jetzt schon mal mein Morgenprogramm. Ich will versuchen rauszuschieben. Komm einfach, Mumie. Ja, I know. Auf Pferdchen hast du gar keinen Bock. Weißt du was, Mumie? Dann hab deines Lebens wohl. Ich will dir deine Milch verkaufen. Wir machen jetzt mal einen Test. Geben sowohl hier rein. Wenn wir dann reingehen. Und packen was von der Milch. Hier rein. Gut, jetzt haben wir noch einmal Milch. Gucken, ob das verkauft wird von Takakura. Und wenn das nicht verkauft wird... Wir machen hier im Moment ein Wind, oder? Äh, Moment. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt machen wir die selbst Takakura. Wir kommen ja... Wir sind schon wieder im falschen Spiel. Ich schaffe diese Taste nicht. Wir müssen Takakura besuchen, dann gucken wir, wer es ab. So frühmorgens, wenn wir ihn mal aus dem Bett schmeißen. Ne. Gut. Ja, wir müssen arbeiten und er kann einfach schlafen. Typisch. Aber du kannst mich jederzeit fragen, hm? Und klar. Ach, wir haben ja auch Abend. Ups. Warum sagt mir denn das keiner, dass wir gleich 12 Uhr Mittagernacht haben? Klar, dass Mumi sich nicht melden lässt. Jetzt eingeschlafen? Ups. Nächster Tag. Ja, man hätte einfach mal auf die Uhr sehen können. Ich weiß nicht, warum ich aus PM auf einmal AM gemacht habe. Das ist klar, warum er schläft. Ich will gucken, ob er jetzt aufmacht. Er schläft. Läuft alles nüßig? Ich weiß immer wieder meine reiche Frage. Ah. Ich weiß, warum es ... Warum ... Ah, verdammt. Ich hab den alten Link noch. Ich hab doch meinen Namen umgeändert. Daran liegt's ... Deswegen ... Ähm ... Das war mein Fehler. Ja. Ups. Ich hab vergessen, den Link zu ändern. Ja. Ähm ... Gut. Daran liegt's. Soglaufen. Alright, nun. Soglaufen. Meist澤ut. Aber jetzt sagt wir ja ... quell mit dem Winter. Also ... Wir haben schon ... Ich hab mir noch einmal Milch, die wir eigentlich verkaufen wollen. Du mit deinem Mula-Milchreis. Ich habe hier Kuchen neben mir stehen. Der lacht mich an. Da wächst was! Ja! Endlich! Warum das dritte weg ist, weiß ich nicht. Aber da wächst endlich was! Endlich! Hat er es nicht überlebt? Da hat er eigentlich immer Probleme beim Gießen. Nee, kein Schokokuchen. Schmeckt nach Spekulatius. Ich weiß nicht, wer er ist. Kein Schimmer. Lecker! Da muss ich den Link unbedingt ändern. Da haben wir daran gedacht. Hallo! Ja! Ja! Das sieht aus deiner Ausmütze. Super! Super! Ich schon! Ich glaube, drei Tüten haben verputzt. Liebe Spekulatius. Da muss ich den Link ändern. Verdammte Wicker! Nein! Ich bin immer noch in der falschen Tag. Achja, wir können ja jetzt gucken. Liebe Spekulatius, daran liegt's. Was? Wäre ich um Weihnachten? Ich bin immer verdrissen. Kakakura, hi! Was machst du denn da? Wie geht's so? Wie geht's so? Gut. Denke ich. Wir nehmen jetzt mal etwas Milch mit. Es wächst endlich was auf uns hält. Können wir den Rest auch anpflanzen? Was ist denn jetzt mit dem Link, verdammt? Ja. Wahrscheinlich. Kannst du den Link? Auf Twitter, ihr? Wie geht das? Bist du gerade da so angemeldet, dass es geht? Ich müsste jetzt... ... oder die Felder vorbereiten, richtig? Ich glaube ja. Heavy Hole. Ach, die sind vorbereitet. Okay, vorbereiteter geht gar nicht mehr. Gut zu wissen. Dann probieren wir jetzt die Möhren. Das wäre ganz nett. Gleich aus Versehen. Ja, ja. Gleich aus Versehen. Ich doofe Kuh vergessen habe. Beweg dich doch einfach! Mann! Ähm. Den Link zu ändern. Wir machen jetzt auch direkt die Kartoffeln, oder? Dann gehen wir beim anderen Feld vorbei und gucken, ob wir da Fetalizer besorgen können. Äh? Aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Boah! Erschreckend. So. So. Und... Die letzte. Wenn 50% schon davon aus werden, wäre ich glücklich. Kuh-Märten tun wir auch gleich. Dankeschön. Sehr nett von dir. Ich habe nicht dran gedacht. Wenn auch heute gar nichts funktioniert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, äh... einfach privat abgenommen. Wäre mir dann ziemlich egal. Bewege dich doch einfach. Warum hast du... Hallo? Und ist das immer am Feld? Ja, und nochmal, weil's so schön war. Ihr könnt ja jede Menge Wasser gebrauchen. Haben wir schon. Bitte auch. Ja. Ich gehe jetzt mal die Erde. Och! Komm! Muss ich den Link erlangen. Ich muss unbedingt dran denken, den Link zu ändern. Nein. Ja. Das sollst du gießen. Gut. Zummelken. Anderen Hof gehen und nach Viertelizer. Fragen. Hey, Takakura. Such dir, äh, meinen Hof an. Das wäre viel praktischer, wenn man sich in den Link zu nehmen kann. wenn man zwei auf einmal gegessen könnte. Dann kann man sich das, äh, ersparen. Mummi, wo bist du denn schon? Ja. Na, du willst jetzt endlich mal gemolken werden? Und du, weil ich versuche, ich doofe, versuche dich nachts zu melken, oder? Ah, viel gemolken werden. Das ist fantastisch. Oh, sie merken wieder viel. Vielen herzlichen Dank. Oh, komm. Wir wollen keinen Bock springen, wir wollen das aufheben. Oh, wir haben echt viel gemolken. Vielen Dank, Mummi. Willst du dafür vielleicht auch raus? Kann man auch super funktionieren. Komm, verwehr dich doch nie. Ich will dich doch nur rausschieben. Ja, Sport ist gesund. Ah, bist doof. Die Kater vermissen mich. Ich hab ja die Tür zurück. Und jetzt kommt keiner. Ist ja klar. Jetzt ist die Tür wieder offen. Das sind so kleine Prinzen. Der ist doof. Der ist immer Moumi. Nicht Mouli. Äh, ich bin doof. Wegen das mit dem Link. So. Nachbarn besuchen. Und dann den Hof laden. Mensch, das muss nur. Oh, du bist. Warst du? Wer warst du? Flora? Wer bist du? Oh, hallo. Du bist Pie. Richtig? Mein Name ist Flora. Ich bin Archäologin. Und, äh. Ja, genau. Katzenlogik. Genau. Äh. Ich helfe dem Professor mit seinen, ja, Exkursionen. Äh. Rüben beim Wasserfall. Sehr schön. Schön, ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, Flora. So. Wo sind, ich weiß die Namen alle nicht mehr. Bis jetzt länger her, dass ich so gespielt habe. Ich brauche nur einen von dir. Was ist das denn? Was ist das? Katze? Ein Waschbär? Ich will es haben. Ist das süß. Blenzen, äh. Blumen könnten. Pflanzen, äh. Sammeln. Vielleicht können wir die auch verkaufen. Nehmen wir mal drei Stück mit. Wir wollen ja nicht zu viele mitnehmen. Die gönnen ja nicht uns. Äh. Wo seid ihr denn? In dem Haus ist niemand. Das ist die Vogelföche. Bei der kann ich nichts kaufen. Oh. Oh. Ein Stinktier. Ja. Das habe ich auch gedacht. Waschbär, Stinktier. Irgendwie sowas. Hallo. Wie seid ihr? Keiner Zuhause? Gesehen? Wir können doch nicht Ewigkeiten vor mir verstecken. Wer bist du denn? Okay. Gibt's heute nichts für mich. Jetzt. Gibt's bei. Gibt's bei. Vielleicht sind die ja auch unterwegs. Bis zum nächsten Mal.